Eieiei Die Spielsitzung ist voll, kann der nicht beitreten Ja jetzt bin ich auch drin Spende mir mal grad bitte Wenigstens Meigs Zauber und die Kobolde und die Mauerbrecher Die Bogenschützen kaufe ich mir Mike wehe du spendest mir jetzt einen Zweier Unsichtbarkeitszauber Dann boxe ich dich Naja Und die Mauerbrecher Ja perfekt passt Ey man jetzt durfte ich nicht spenden Hat mir jemand den Packer weggesnaggelt Ja Also ich hab schon Die Bogenschützen eigentlich safe sein So und dann das komplette innere Compartment rauskriegen Aber ein Triple wird das nicht Es werden gute zwei Sterne aber kein Triple Keine Chance Gegen den anderen Giffturm kann ich nichts machen Und bei meinem Bei der zwei Geh ich von äh Da rein wo Bauhütte und Armehlager nehmen Ja Digga Mach das nicht Du fliegst schon wieder gegen den Luftfeger Elektro Drachen haben keine Chance gegen den Luftfeger Ja Der guckt genau auf das Armehlager mit den Bauhütten Ah ne ne andere Seite Links und drunter Achso Achso ok 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 Jo Da kannst du Da kannst du easy reingehen Ja Wenn du zum Rathaus geht Dann mach ich nämlich den Klon in Richtung der beiden Inferno Ja Dann mach ich dann den Freeze drauf haue Ja Und dann sollte die Mitte eigentlich fallen Ja auf jeden Fall Den Freeze kannst du dir sogar eigentlich sparen Den brauchst du nicht Einfach nur Klon und Wut Weil der Freeze bringt dir nichts Ok Hm Ich mach auch gleich schon meinen Angriff Habe ich es hinter mir Suchen und zerstören Ok Ich mag die Map nicht Alter versuchen und zerstören Ist die übertrieben Schmutz Ich hab einfach Instant ein Ja ich habe zwei Leute Instant weggesniped Alter geil Das waren gute Shots Jawoll Neko Da ist einer mit der Sniper drin Ich weiß Hm der ist aber unten drunter Nicht oben Ja Oh Gott Oje Das ist ja links ist ein Teammate gell Ja So nervig dass ich die Punkte nicht seh Ja Der würde immer noch unten drin stehen Mit der Sniper Da unten hat er mich ge... Da Oben war er oder ist das Teammate Naja Mach hier Für deine Gegner Vorsicht Hier stinkts nach Feind sagt er Hahahaha Ich liebs 30 Sekunden noch Bewegt sich was Oh Wir müssen verteidigen Wir müssen verteidigen Hör uns Lasst uns noch eine gewinnen Höh 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 Let's go. Die sind richtig schlecht, Alter, what the fuck? Die sind so kacke, ich snipe die jedes Mal an demselben Spot weg. Ja, auch da in dem Raum. Ich komme jedes Mal durch die Seitentür und einer läuft mir immer entgegen. Das muss er doch jetzt mal checken, Alter, dass ich da jedes Mal komme. Oh, einer ganz außen. Ach, Digga, da habe ich zweimal vorbeigeschossen, der dropshottet mich. So eine kleine Put. Oh, der Teammate aber auch richtig kacke, steht hinter. Oh, okay, das wird ein Loot. Ich denke auch. Hinter dir. Was ist das denn für einer, Alter? Bleib bereit für die nächste. Okay, sie haben dazugelernt. Sie haben dazugelernt. Und seinen Laufweg angepasst, der kleine. Kleine Wechsel. Kleine Frechtax. Suchen und zerstören. Hunter 1, wenn seine Ladung beim Ziel und Sprengel ist. Unterwegs. Wir haben die Ladung. Oh. Digga. Wie schnell ist der? Ach, die haben alle Messer dabei, ne? Damit du schnell nach vorne pushen kannst. Das sind so Drecksäcke. Werner ist rechts von dir unten im, im Gebäude. An aller Hunter, die Ladung ist gesetzt. Bereit halten zur Zündung. Bleib da oben, bleib da oben. Was machst du? Der muss das entschärfen. Halt einfach, oh, oh. Ach so, nee, A ist ja drin. Ja, oh, nee, dann solltest du vielleicht doch reingehen. Ich dachte, ah, wer da unten, Lull. Der wird rechtzeitig von dir sein. Oben im Gebäude, denke ich. Das schafft er nicht mehr. Easy. Das ist mein Kriegchen. Wir haben die Bombe gesichert. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Alter, wie... Digga, wie schnell pushen die bitte bei uns rein. Er ist einfach schon drin. Und setzt sich in die Ecke. Bei uns im Spawn, alter. Alle Teammates laufen halt da, also. Alle Teammates sind an ihm vorbeigelaufen. Ey, das kann nicht wahr sein. Oh, schön. Wir haben diese Runde gewonnen. Wiederholt das. Ja, und er schluckt natürlich wieder. Ich werde da so umgefallen, alter. Schon nach der ersten Kugel. Obwohl ich... Obwohl ich dreimal full life gehabt hätte. Rechert. Einer ist da oben rein. Oh, ich werde gebumst. Drei Leute sind oben reingegangen auf meiner Markierung. Digga, das kannst du keinem erzählen. Wo geht mein Schuss denn hin? Alter, also das ist wirklich eine Frechheit. Ja, der hat... Keine Ahnung, wie er dich gesehen hat. Hast du einen Laser drauf? Ganz komisch. Ich habe leider auch sonst keine Klasse, die ich spielen kann. Mit den Tags spielen kann. Seitenwechsel. Suchen und zerstören. Alle Hunter, einen Perimeter beim Zielobjekt errichten. Untertitelung im Auftrag des ZDF-2 ach dicker wie lange braucht die blendgranate zum hochgehen junge die braucht doch sonst nie so lange warum werde ich denn immer so hart gefickt da geht es hoch ich habe die fünf sekunden vorher geworfen feindliche drohner ich habe ich auch also das kann nicht wahr sein er kämpft in der ecke ich bin mit zwei schüssen umgefallen das kann nicht wahr sein was ist denn jetzt auf einmal mit unserem team los sie machen ja gar nichts mehr geht doch ja ich bin immer noch stabil mit null kills unterwegs ja ich kann doch nicht viel machen gerade so Alter. Alter. Suchen und zerstören. Alle Hunter, die Zielobjekte verteidigen. Ah, Alter, das ist geil. Geil. Junge. Ich muss sechs Geld einschalten. Ah, noch ein bisschen. Wir haben die Bombe bei Alpha platziert. Jetzt liegt es an dir. Bring die Mission zu Ende. Alter, yo. Yo. Alter, Team, ey, was ist denn jetzt? Warum lassen sie sich denn alle so wegsnacken? Digga, da kannst du halt auch wirklich gar nichts gegen machen. Ja, perfekt, Digga. Geil, Alter. Danke, Teamate, dass du mich da hingelenkt hast, ey. Du dummer Wichser, Alter. Du scheiß dreckiger Bananenbieger, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ey, wirklich. Oh, lass du pekeln, lass du pekeln. Alter, ihr dämlichen Wichser, ey. Ganz ehrlich. Alter, bist du schlecht, Diego, ey. Diego, du bist so schlecht. Alter. Drei Gratisschüsse hat er jetzt versendet, ey. Ja, komm, wechsel doch auf deine Zweitwaffe, oder hast du keine? Ja, genau, Digga. Alter, was ist deine Intention, Digga? Alter, die sind aber auch strunzend dumm, die Gegner, ne? Bitte, Bruder, du hast ihn gehört. Der muss sich nicht pushen. Und du hast ne Drohne! Setz die scheiß Drohne ein! Alter, Digga, das... Warum setzt der denn seine Drohne nicht ein? Ich verstehe es einfach nicht. Also, das kann nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein, Alter. Wenn der jetzt wieder zu B geht, ne, dann kriege ich einen Ausrester. Wir haben die Ladung. Ich verstehe es einfach nicht. Bombe wird bei Alpha platziert. Bereithalten. Bombe platziert. Schutz einrichten. Alles gut, wir müssen jetzt A beschützen. Oh no. Alter, wie schnell der da nach oben gegangen ist. Wie fucking schnell. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, dass da... Ja, aber wie, ey, boah. Richtig krebs. Das gibt's nicht. Digga, null Kills, alter Junge, ey. Wir haben jetzt fast den James Bond gemacht. 007. Du bist der kleine Bruder von James. Du bist J-Bond. Soll ich erst mal eine Klasse machen, bevor wir das sehen? Ja. Hey, Mann. Ich war gerade am Klasse machen. Boah, was soll ich denn mitnehmen, Alter? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich mache noch einen Overkill. Ich mache hier nämlich vorne. Zarkin rein und sende ihn mit Zennig. Zwei Brotmattenschnik in der Zennig. Genau. Mündung. Okay. Okay. Äh, hallo? Als ob man kein Öl machen kann. Bruder, was ist denn jetzt los? Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Ja, es ist gefreezed. Geil, leider. Ah ja, Text darf wegen unzulässiger Worte nicht benutzt werden. Willst du mich verarschen? Ja, warte eine Sekunde. Alter, als ob ich meine Klassen nicht Search nennen darf. Willst du mich verarschen? Das heißt suchen. Text darf wegen unzulässiger Worte nicht verwendet werden? Willst du mich komplett verarschen? Ich hab's jetzt nur SMD genannt, Alter. Also, ich kann mir das nicht erklären. Oh, je. Hallo? Warten auf Weiterleitung. Was passiert denn jetzt schon wieder? Ich bin komplett ins Hauptmenü geflogen. Alter. Ich bin komplett rausgeflogen. Ey, Mann. Dieses Spiel ist doch so im Arsch heute. Was ist denn da los? Warten auf Publisher-Variablen, Alter. Was soll denn die Scheiße? Junge! Warten auf Publisher-Variablen, Alter. Was für Publisher-Variablen? Was laberst du mich für voll? Scheiße. Ich mach jetzt mal einen Angriff. Leck mich am Arsch. Oh, Taichi hat mal getribbelt. Wahnsinn. Warum hat er die Vier angegriffen? Warum greift er nicht sein Gegenüber an? Der macht einfach, was er will. Das check ich nicht, Alter. Sag Bescheid, wenn du drin bist. Das muss funktionieren. So, wir schicken zuallererst den Lava-Hund da rein. Damit er den Giftturm auslöst. Sehr schön. Dann von hier den Zeppelin. Wer soll da runter. Wer soll da runter? Bitte noch den Multi-Inferno, bitte. Danke. Okay, das war schon mal ein guter Value. Das heißt, wir können... Wenn man ein Lied kann stehen, so viel wie er will. Lava-Hund, Loon-Wand. Und noch ein Lava-Hund. Sehr gut. Der Giftzauber ausgelöst. Das reicht nicht, nein, nein, der Champion hat nicht genug Leben. Aber egal, das sind gute Prozente. Ja, ein Schüppel gegen Rathaus 15, das geht ja auch nicht. Ja, die Eule ist noch da. Ja, aber die ist nur auf Level 4, die macht nicht so viel Schaden. Außerdem ist da ein Bauarbeiter am Werk, der heilt die ganze Zeit die scheißverfickte Clanburg nach oben. Guck mal, der läuft einfach hin und her und heilt gegen den Bogenschützen. Fick dich doch einfach ins Knie, Alter. Ich hasse diese scheiß Änderung. Es geht mir so auf den Sack einfach. Ah, ich bin übrigens wieder drin. Ach ja, aber du wirst mir jetzt offline angezeigt und mein Level late nicht. Ba-ba-tastig, Alter. Mach das so. Komplett eine Wand. Ja. 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 Ich muss jetzt erstmal Auswendung einen zum Angriff gleich. Ja. Und dann geht es jetzt mal vor? Ja. Ich muss jetzt erst mal auswendigen und mal zum Angriff gleich. mein level nicht dieses spiel ist so am arsch heute es lädt gar nichts ich habe auch angeblich den bogen noch nicht es macht doch keinen spaß